Grüß dich zum zweiten Teil von 10 smarte Geldtipps für mehr Cashflow. Die ersten fünf Punkte haben wir durchgesprochen, die wichtig sind. Wenn du die umsetzt, dann kommst du wirklich Schritt für Schritt nach vorne. Und jetzt gehen wir in den zweiten Teil der fünf wichtigsten Tipps. Und zwar Punkt Nummer 6. 24-Stunden-Regel. Was soll das bedeuten? Fakt des 1. Wir haben alle 24 Stunden am Tag Zeit. Das heißt, die einen gehen ganz normal zur Arbeit, machen ihre 40 Stunden in der Woche und andere bauen in der gleichen Zeit Imperium auf. Die Frage ist einfach, bin ich Zeitverwender oder bin ich Zeitverspender? Und wenn wir doch alle 24 Stunden am Tag Zeit haben, dann stellt sich ja die Frage, wenn ich einen Angestellten nehme, Selbstständiger oder Unternehmer, dann habe ich in der Regel acht Stunden Schlaf. Mehr sollten es nicht sein. Ich schlafe in der Regel nur fünf Stunden, maximal sechs Stunden. Das heißt, Arnold Schwarzenegger hat mal gesagt, wenn du schlecht schläfst, dann schlaf einfach schneller. Dann hast du, wenn du fünf oder sechs Stunden schläfst, dann hast du schon mal zwei Stunden Vorteil im Vergleich zu vielen anderen. Ich kenne auch genug Leute, die zehn Stunden und zwölf Stunden schlafen. Da frage ich mich manchmal, was machen die denn mit ihrer wertvollen Zeit? Wenn ich acht Stunden Arbeit habe, ganz normal, dann bin ich bei 16 Stunden, habe ich immer noch acht Stunden Überschuss. Jetzt kann man natürlich Anreise, Abreise von der Arbeit jeweils nochmal eine Stunde, sind zwei Stunden. Dann habe ich immer noch sechs Stunden. Das heißt, würde ich diese sechs Stunden beispielsweise noch investieren ins Fitnessstudio, für meine Gesundheit, mit Familie noch ein bisschen was, dann könnte ich am Tag auf jeden Fall zwei bis vier Stunden am Tag kann ich auf jeden Fall einsetzen, um irgendein Business aufzubauen. Richtig? Und mich um Geld verdienen können, Einkommensskalierung nach oben, kein Nebenjob irgendwie anfangen. Das macht keinen Sinn. Ja, wieder für 10, 12, 14 Euro die Stunde irgendwas nebenbei machen, sondern wirklich zu fokussieren, wie kann ich hier ein Online-Business, ein Geschäft, Marketing, irgendwas entsprechend aufbauen. Das heißt, wenn ich das sieben Tage die Woche mache würde, dann hätte ich auf der anderen Seite auf jeden Fall mal 14 bis 28 Stunden, zusätzlich, dass ich mir ein Business aufbauen kann. Und die Frage ist einfach nur, wie sinnvoll investierst du die Zeit in dich, dass du wohlhabend reich wirst, wenn du die Zeit verschwendest, Netflix-Abenteuer anschaust, Bauer sucht Frau, sonstigen Müll, dann wird es definitiv nichts. Aber ich kann auf jeden Fall mit dem Zeiteinsatz jeden Tag nebenbei was machen, die Zeit clever investieren, um was aufzubauen. Ich habe früher immer gesagt, ich arbeite halbtags. Dann haben die Leute gesagt, wie echt? Halbtags? Ich so, ja, mindestens 12 Stunden. Das ist halbtags. Und das sieben Tage die Woche. Und dann sind wir bei 96 Stunden. Und dann fragen sich viele, ja, warum ist der eine viel, viel erfolgreicher als der andere? Es liegt vielleicht daran, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat und einfach fleißiger war. So, dann, nächste Regel. Sei immer bankrott. Sei immer bankrott. Jetzt werden viele wieder sagen, nee, das will ich auf keinen Fall. Das bezieht sich auf was anderes. Und zwar, wenn du keine Liquidität bist und immer liquiditätstechnisch pleite bist, dann ist immer wichtig, dass du weiterhin Geld verdienst, Business ausbaust, etc. pp. Das heißt, wenn du beispielsweise als Selbstständiger, als Unternehmer, alle Einnahmen, was kommen, große Teile sofort wieder reinvestierst in dein Geschäft, in dein Unternehmen, um weiter zu wachsen, oder separat in Investments reingehst, dann hast du immer eine sehr, sehr knappe Liquidität. So, und Menschen ruhen sich immer auf was aus. Wenn sie einen Berg haben an Geld, dann sagen sie, naja, gut, ich rechne mal aus. Das reicht für den Monat, den Monat, den Monat, den Monat, den Monat. Dann muss ich ja weniger machen. Also ist es intelligent, auch mit dem Druck natürlich klarzukommen. Wenn du es in Vermögenswerte, in Assets investierst, dann baust du hier große Vermögenswerte auf, weil Cash als solches ist Trash. Cash, was einfach nur rumliegt, ist kompletter Müll. Geld, was auf der Bank rumliegt, ist a, unsicher, die Inflation frisst auf und dementsprechend mache ich damit auch keine Gewinne. Also nimm dieses Geld, nutze es, investiere es und versuche dich immer in der Liquidität sehr gering zu halten, um dann auch weiterhin Gas zu geben, weil natürlich ständig neues Kapital reinkommen muss. So, das ist die Regel Nummer 7. Regel Nummer 8. Verliere niemals Geld. Ja, bei allen Dingen ist es, was du tust, was mit deinem Geld, mit deinem hartverdienten Geld zu tun hat, ist es entscheidend und wichtig, respektvoll, würdevoll mit diesem Geld umzugehen. Ich mache mal ein kurzes Beispiel dazu. In der Vergangenheit haben mich manche kontaktiert und haben gesagt, ey, Tobias, hier gibt es eine Plattform, da gibt es etwas richtig Cooles und so weiter. Und ich so, nee, interessiert mich nicht, will ich nicht reingehen. Ja, aber wenn die Nummer groß wird, dann wäre das doch sensationell. Dann sage ich, ja, kann sein. Dann sage ich, ja, dann mach doch wenigstens ein Account, mach 100 Euro rein, 500 Euro. Das tut dir doch nicht weh, sage ich. Ob 100 Euro weg sind oder 500 Euro weg sind, tut mir bilanztechnisch nicht weh. Aber ich wertschätze ja mein Geld. Erstens mal, ich gehe nicht in solche Projekte rein, um zu gambeln. Zweitens, ob 100 Euro, 500 Euro oder 1.000 Euro, ob mir das finanziell weh tut oder nicht, spielt überhaupt gar keine Rolle. Weil jede 100 Euro, die ich verschwende in ein Projekt, wo ich dann ja vielleicht noch was nachschauen muss und prüfen muss und wenn es weg ist, natürlich tut mir das weh. Weil von dem Geld gehe ich lieber richtig schön essen, habe was Wertvolles davon, habe einen schönen Abend gemacht, anstatt es verschwenderisch in irgendeinen Müll reinzuwerfen. Ja, deswegen, ich gamble nicht, ich spiele mit meinem Geld nicht. Und jeder Cent, den du erarbeitet hast, ist es wichtig, wertschätzend damit umzugehen. Also, verliere kein Geld, schau auf richtige Investments, prüfe das umfangreich und dann versuche immer, das Bestmögliche mit deinem Kapital zu machen, weil hier mal 5 Euro und da 10 Euro und da mal 100 Euro, immer auf welchem Level es vielleicht nicht mehr wehtut, ist trotzdem das Geld rausgeschmissen und dann hast du auch nicht verdient, dass sich jemals viel, viel Geld zu dir strömt, weil du Schwierigkeiten hast, es zu behalten. Dann, Punkt Nummer 9, Cashflow anstatt Cash. So, Fokus muss sein auf Cashflow statt Cash. So, es gibt ja den schönen Spruch, Cash is King. Ja, wir haben ja den Slogan Cashflow is King. So, weil Cash is King in Situationen, wenn ich gerade eine Liquidität habe und es bieten sich natürlich gute Chancen, um in diesen Markt reinzugehen, dann ist das spannend. Aber als solches muss der Fokus immer darauf sein, wo kann ich in Projekte investieren, damit ich kontinuierlich einen Cashflow bekomme, dass ich kontinuierlich Erträge bekomme. Das ist das Wichtigste. Es geht nicht darum, ein Vermögen in Cash aufzubauen, sondern Vermögenswerte, die mir die Freiheit, die Unabhängigkeit bringen, weil sie mir ständig Preissteigerungen, Gewinne, Dividenden oder Mieteinnahmen respektive passive Einkommensströme bringen. Und das allerletzte, was ich noch sagen will, Regel Nummer 10, gib niemals auf, bevor du deine oder nicht deine finanziellen Ziele erreicht hast. Das heißt, wenn du ein klares finanzielles Ziel hast, dann muss immer dein Anspruch sein, weiterzumachen, weiterzumachen, weiterzumachen. Mein großer Traum, irgendwann war es mal vor vielen, vielen Jahren, Millionär zu werden. Es gibt ja verschiedene Arten von Millionären. Es gibt einmal den Umsatzmillionär, es gibt den Vermögensmillionär, es gibt den Einkommensmillionär. Das Schwierigste zu erreichen ist, Einkommensmillionär zu werden. Das heißt, dass man mehr als eine Million Euro im Jahr verdient. Der Vermögensmillionär hat übrigens in Deutschland im Schnitt ein Nettoeinkommen im Jahr von ca. 150.000 Euro. Das bedeutet, er hat mit den 150.000 Euro im Jahr gut gewirtschaftet, über viele, viele Jahre sich Vermögenswert aufgebaut und ist dadurch Vermögensmillionär geworden. Das heißt auch nicht, dass der Einkommensmillionär Vermögensmillionär ist, weil wenn er nicht mit Geld umgehen kann und alles raushaut, dann hat er auch ein Problem. Dementsprechend klare Zielsetzung. Wenn du wissen willst, welches Ziel du brauchst, um finanziell unabhängig zu werden, dann kann ich dir einen kleinen Tipp geben. Dann schau unbedingt den dreiteiligen Videokurs. Und dann gibt es sogar die Cashflow Academy von mir. Da gehen wir ganz am Abend in diesen Bereich rein. Wie viel Nettovermögen brauchst du, um aus den Erträgen leben zu können? Und wie komme ich ohne Variable auf dieses Nettovermögen? Mit einer klaren Zielsetzung, ohne Variable, ein klarer Plan dazu. Und dann hängt es im Prinzip komplett zu 100% an dir. Bringst du die Aktivität mit und das Controlling. Bist du bereit, den Preis dafür zu bezahlen? Weil wenn man draußen fragt, jeder will gerne Millionär sein. Die meisten kennen den Weg nicht und sind auch nicht bereit dafür, den Preis zu bezahlen. Weil wenn es einfach wäre, dann hätten wir draußen viel, viel mehr Vermögensmillionäre. In Deutschland haben wir trotzdem Naturschutzgebiet im Bereich Vermögensmillionär zu werden. Wir haben über 2,1 Millionen Vermögensmillionäre in Deutschland bei roundabout 82, 83 Millionen Einwohner. Dann ist es schon eine relativ hohe Quote. Also grundsätzlich kann es jeder schaffen. Glaub an deine Ziele. Mach dir einen Plan und zieh so lange durch, bis du es auf jeden Fall erreichst. Es wird sich definitiv lohnen. Und Fakt ist auch eins. Egal wo du hinschaust, wird es immer Menschen geben, die viel, viel reicher sind als du. Und daran sieht man auch oder ist der Beweis auch da, dass es im Prinzip jeder schaffen kann. Egal aus welcher Familie er kommt, aus welcher Situation. Auch ich habe es geschafft und komme aus sehr, sehr ärmlichen Verhältnissen. Alles self-made aufgebaut. Und es lag einfach daran, weil ich diese 10 Regeln einfach befolgt habe. Deswegen schreib gerne in die Kommentare, auf welchem Weg du bist. Ob dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, ein alter, frischer Video, äh, Video, wieder. Dein Tobias Räther, aber Cashflow Experte Nummer 1. Bis dann.